Fixkostendegression ist also der erste Einflussfaktor für den Erfahrungskurven-Effekt. Aber was ist Fixkostendegression? Nun, das bedeutet, dass wenn wir rein rechnerisch die Fixkosten auf unsere produzierten Stücke umlegen, was wir bitte nur rein rechnerisch tun, denn Fixkosten sind fix. Die sind sogar da, wenn ich gar keine Stücke habe. Also bitte immer Vorsicht mit sowas. Das ist ein Gedankenspiel. Mit der ökonomischen Realität hat das nichts zu tun. Aber wenn ich es rechnerisch mal tue und nehme mal an, ich habe Fixkosten von 10.000 Euro, zum Beispiel ich habe eine Produktionsanlage, dafür habe ich Abschreibungen. Ich habe eine Halle, wo die Produktionsanlage steht, da habe ich Miete. Das sind alles fixe Kosten. Sagen wir 10.000 Euro. Ich produziere jetzt ein Stück. Dann muss rein rechnerisch dieses eine Stück 10.000 Euro Fixkosten schultern. Rein rechnerisch. Und jetzt stellen wir uns vor, ich produziere 10.000 Stück. Dann habe ich Simsalabim pro Stück nur noch 1 Euro. Das heißt, ich habe einen degressiven Verlauf der Fixkosten. Könnten Sie das malen? Können wir das mal malen? Sollen wir das mal malen? Wie sieht das denn aus?